Die Psychologie der Konformität. Für Unangepasstheit peitscht dich die Welt mit ihrem Unmut. Diese verstärkte Fähigkeit, Konformität zu erzwingen, hat jedoch ihren Preis. Denn es sind die Non-Konformisten, die die neuen Ideen, Kreationen und Lebensweisen hervorbringen, die eine lebendige Gesellschaft hervorbringen, die Ansicht vertreten, dass zu viel Konformität den menschlichen Geist abstumpft und dass ein erfülltes Leben darin besteht, die eigene Einzigartigkeit zu entfalten, anstatt die Masse zu imitieren. Wir können uns ja gar nicht weiterentwickeln, wenn wir uns alle immer nur anpassen und keiner sich traut, crazy zu sein. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lernen Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Be unique, dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein neues Video rein, welches heißt Die Psychologie der Konformität. Das ist ein sehr spannendes und wichtiges Video, gerade in heutigen Zeiten. Und deswegen ziehen wir uns das jetzt rein. Originalvideos natürlich wie immer unten verlinkt. Lasst Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert diesen Kanal. Und ich bin gespannt wie so ein kleiner Flitzebogen, Digi. Werdet auch gerne Mitglied hier auf dem Kanal, da könnt ihr mich bei meiner Arbeit unterstützen, durch die gesamten Livestreams, wie ich auf die Videos reagiere und zwischendurch halt Talks mache und so. Könnt ihr euch komplett reinziehen. Exactly. Exactly. I love you all. Daumen nach oben, hab ich schon gesagt, ne? Ich würde sagen, ihr wisst Bescheid, der Peter geht los, Digi. Und los. Für Unangepastheit peitscht ich die Welt mit ihrem Unmut. Diese Bemerkung von Ralph Waldo Emerson macht deutlich, dass die Kräfte der Konformität ziemlich stark waren, als er vor fast 200 Jahren lebte. Er wäre jedoch wahrscheinlich überrascht, in welchem Ausmaß das Auspeitschen der Nichtkonformen heute mit dem Aufkommen der sozialen Medien und anderer Massenkommunikationstechnologien möglich geworden ist. Ja, Corona-Zeit hat das auch ein bisschen gezeigt, ne? Auspeitsch it out, man hat da. Gehst du nicht konform, wirst du gesteinigt. Ist leider so. Muss man halt ein dickes Fell aufbauen, gerade wenn du noch selber in der Öffentlichkeit stattfindest. Konformität wird nicht mehr in erster Linie von den Mitgliedern der eigenen Gemeinschaft durchgesetzt, sondern über soziale Online-Netzwerke können Menschen aus der ganzen Welt Scham und Spott über diejenigen verbreiten, die Überzeugungen infrage stellen oder nicht die Verhaltensweisen zeigen, die als sozial akzeptabel gelten. Diese verstärkte Fähigkeit, Konformität zu erzwingen, hat jedoch ihren Preis, denn es sind die Non-Konformisten, die die neuen Ideen, Kreationen und Lebensweisen hervorbringen, die eine lebendige Gesellschaft hervorbringen. Dankeschön, Bro. Dankeschön. Das sind meine Worte, ja, voll schön zusammengefasst. Das versuche ich den Leuten auch immer wieder zu erzählen, dass die Geister, die wir heute noch zitieren oder von deren Technologien wir heute noch profitieren, dass das die sogenannten Querdenker waren. Das waren die Leute, die nicht normal waren und die nicht reingepasst haben und die quergedacht haben, die neue Ansätze gefunden haben dadurch und ganz andere Philosophien gelebt haben. Die, die man als verrückt erklärt, sind die Leute, die dann auch verrückte neue Sachen machen, die dann wieder die Masse embracet auch und fühlt so eine Zeit lang später. Und deswegen, ja, Digga, ich bin so, ich mag Menschen, die anders sind. Ich mag Menschen, die so nicht normal sind, in Anführungszeichen. Ich glaube eigentlich, im Kern sind wir alle sehr einzigartig, aber wir trauen uns, das nicht mehr richtig auszuleben, weil wir Angst vor sozialer Ausgrenzung haben. Ich will Leute aber wieder dazu anregen, einfach so zu sein, wie sie sind. Drauf zu scheißen, was andere Leute denken, weil am Ende des Tages muss jeder das tun, was er amazing findet. So, und wenn wir das tun, dann haben wir eine viel geilere, viel diversere Gesellschaft. ...über hinaus haben viele, die über den Zustand der Menschen nachgedacht haben, die Ansicht vertreten, dass zu viel Konformität den menschlichen Geist abstumpft und dass ein erfülltes Leben darin besteht, die eigene Einzigartigkeit zu entfalten, anstatt die Masse zu imitieren. In diesem Video... Ich gucke, was auf der Kappe steht. So. ...soll untersucht werden, warum wir so anfällig für Konformität sind. Ich glaube, ein Megagrund ist Angst vor sozialer Ausgrenzung. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen laufen hier. ...non-Konformität ein so wichtiger Bestandteil eines gut gelebten Lebens ist. Während Konformität als die Nachahmung von Verhaltensweisen, Überzeugungen und Werten definiert werden kann, die als gesellschaftlich akzeptabel gelten, ist Non-Konformität im Sinne dieses Videos nicht nur die Ablehnung des gesellschaftlich Akzeptierten. Eine Person, die Dinge nur aus dem Wunsch heraus ablehnt, anders zu sein, ist immer noch konform, da ihr Leben, wie das des typischen Konformisten, immer noch von einer externen Quelle, nämlich der Masse, geprägt ist. Echte Non-Konformität hingegen zeigt sich in dem Maße, in dem der eigene Lebensweg und damit der Charakter durch Verhaltensweisen, Überzeugungen und Werte geprägt ist, die aus persönlichen oder authentischen Gründen gewählt wurden. In vielen Fällen führte dies zur Übernahme von Dingen, die als gesellschaftlich akzeptabel gelten, aber der Non-Konformist übernimmt sie, weil er ihren Nutzen versteht, während der Konformist sie nur aus dem Wunsch heraus übernimmt, akzeptiert zu werden. Die Tendenz zur Konformität wird von zahlreichen Kräften bestimmt, doch manche meinen, dass die Angst vor dem Tod einer der eilflussreichen Faktoren in dieser Hinsicht ist. In seinem mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Buch »Die Verleugnung des Todes« beschreibt Ernest Becker diese existenzielle Angst wie folgt. Es ist der Schrecken, aus dem Nichts aufgetaucht zu sein, ein Namensbewusstsein zu haben, tiefe innere Gefühle, eine unerträgliche innere Sehnsucht nach Leben und Selbstausdruck und bei all dem noch zu sterben. Es scheint wie ein Scherz. Was für ein Gott würde ein solch komplexes und ausgefallenes Wurmfutter erschaffen? Becker zufolge können wir uns der Realität unseres Todes nicht stellen, ohne lebende Angst zu erleben. Und so versuchen wir, diese Angst zu unterdrücken, indem wir den Tod leugnen. Die Verleugnung des Todes wird durch das ist so, erreicht, was Becker das Streben nach dem Heroischen nennt oder mit anderen Worten, indem wir uns einem Zweck, einer Sache oder einer Schöpfung verschreiben, von der wir glauben, dass sie unsere physische Existenz überdauern wird und uns somit eine Form der Unscherblichkeit verleiht. Es gibt zwei Hauptwege zum Heldentum. Den Weg des Non-Konformisten, den Becker kosmisches oder persönliches Heldentum nennt, und den Weg des Konformisten, den er kulturelles Heldentum nennt. Okay, interesting, oder? Der Weg des Non-Konformisten besteht darin, sein einzigartiges Potenzial zu kultivieren und seine Talente und Fähigkeiten für die Schaffung von etwas Neuem und Sinnvollem einzusetzen. So einer bin ich. So ein Geil. Eins für Non-Konformist, zwei für Konformist. Was denkt ihr, was ihr seid? Was ist das wahre Talent eines Menschen? Seine geheime Gabe? Seine authentische Berufung? Fragt Becker. Inwiefern ist jemand wirklich einzigartig? Und wie kann er diese Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen? Ihr eine Form geben, sich etwas widmen, das über seine physische Existenz hinausgeht? Indem er etwas schafft, das im gewissen Sinne über seine physische Existenz hinaus weiterlebt und das Ausdruck seine Einzigartigkeit ist, sei es ein Kunstwerk, eine wissenschaftliche Entdeckung oder ein unternehmerischer Erfolg. Das Leben eines Menschen wird nach Becker durch seine Form von persönlichem Heldentum gekennzeichnet sein. So einer bin ich auf jeden Fall. Also ich erkenne mich da gerade sehr krass wieder. Dieser persönliche Heroismus hilft einem, den Tod auf eine Weise zu verleugnen, die der psychischen Gesundheit und Vitalität förderlich ist. Aber ich würde den Tod nicht verleugnen, so weißt du. Natürlich macht man das auch, damit man bleibt. Also ich mache das natürlich auch, damit etwas von mir bleibt. Das habe ich schon früh immer gesagt, so ich möchte einfach was dalassen, was auch über mich und mein Leben hinausgeht, so weißt du. Woran sich Leute noch erinnern, vielleicht wenn ich tot bin, so. Das ist ein sehr krasser Drive, den ich habe und natürlich auch für meine Familie, etc. pp. Und ich finde auch alleine Kinder, wenn du Kinder hast und das ist auch eine Sache, die ich unbedingt anstrebe und die ich unbedingt haben möchte, ist, wenn ein Kind von dir weiterlebt und die Generationen weiterleben, dann bist du ja auch nicht wirklich gestorben, weil ein Teil von dir immer weiterlebt, so weißt du. Und ich glaube sowieso nicht daran, dass wir hundertprozentig sterben. Ich glaube, dass wir sowas wie eine Seele haben und dass die Reise danach weitergeht. So vielleicht können wir uns dann nicht mehr an unser Leben erinnern, aber ich glaube nicht, dass wir halt sterben und dann ist over einfach. Ich glaube, dass wir wirklich mehr sind als der physische Körper. So sagt mir mein Herz einfach, das sagt mir mein Gefühl. Die meisten von uns das Erwachsenenalter erreicht haben, wurde uns jedoch beigebracht, unsere Einzigartigkeit nicht als etwas zu Kultivierendes, sondern als etwas zu Meidendes anzusehen. Nur sehr wenige Menschen halten sich für fähig, etwas Bedeutendes in die Welt zu bringen und sind daher nicht in der Lage, persönliches Heldentum zu betreiben. Wir haben keine Seele, wir sind eine Seele. Dankeschön. Ich fühle dich komplett gerade. Danke für den Hinweis, danke fürs Verbessern. Besser ausgedrückt, als ich es gerade ausgedrückt habe. Stimmt. Wir sind eine Seele in einem Körper. Ja. Menschen ist ein alternativer Weg zur Verleugnung des Todes erforderlich, da sie sonst Gefahr laufen von Angst und nihilistischer Verzeihung. Zweiflung überwältigt zu werden. Diese Alternative wird durch Konformität und die Übernahme vorgegebener sozialer Rollen gefunden oder was Becker kulturellen Heroismus nennt. Dieser Weg schränkt zwar die Entfaltung der eigenen Einzigartigkeit ein und führt zu einem Leben, das von Wiederholung und Routine beherrscht wird. Aber er bietet den Menschen Sicherheit und Komfort und gibt ihnen das Gefühl, an etwas bedeutendem teilzuhaben. Oder wie Becker erklärt, Meint ihr, es gibt Menschen, die eher dafür gemacht sind, so konformitär zu sein und es gibt Menschen, die eher für das Gegenteil gemacht sind? Weil ich habe schon das Gefühl, dass es für manche Menschen sogar vielleicht besser ist, zu versuchen immer... Also, manche Menschen wollen auch jemandem folgen. Manche Menschen wollen nicht einzigartig sein. Liegt das an der Konditionierung oder meint ihr, das kann von Haus aus schon drin sein, dass manche Leute einfach Leader sind und manche Follower sind so? Wie viele Gefangene fühlen sie sich in ihren begrenzten und geschützten Routinen wohl und der Gedanke an einen Freigang in die wilde Welt des Zufalls, der Unfälle und der Wahl erschreckt sie. Im Gefängnis des eigenen Charakters kann man sich verstellen und das Gefühl haben, dass man jemand ist, dass die Welt überschaubar ist, dass es einen Grund für das eigene Leben gibt. Schon die Rechtfertigung des eigenen Handelns, automatisch und unkritisch zu leben, bedeutet, sich zumindest eines minimalen Anteils an den programmierten, kulturellen Heldentaten sicher zu sein. Becker stellte die interessante Behauptung auf, dass das kulturelle Heldentum aufgrund der religiösen Funktion, die die modernen säkulären Gesellschaften im Leben der Konformisten spielen, wirksam ist. Mit anderen Worten, so wie das Christentum im Mittelalter den Menschen im Westen einen Sinn für ihre Existenz und eine Reihe von Werken gab, nach denen sie ihr Leben gestalten konnten. In unserer eher säkulären Welt spielt nun die Gesellschaft eine solche Rolle. Wie Becker erklärt, die Gesellschaft ist ein kodifiziertes Heldensystem, was bedeutet, dass die Gesellschaft überall ein lebendiger Mythos über die Bedeutung des menschlichen Lebens ist, eine trotzige Schöpfung von Sinn. Jede Gesellschaft ist also eine Religion, ob sie das glaubt oder nicht. Die sowjetische und demaoistische Religionen sind ebenso wahrhaft religiös wie unsere Wissenschafts- und Konsumreligionen, wie sie auch versuchen mögen, sich zu verschleiern, indem sie religiöse und spirituelle Ideen aus ihrem Leben ausklammern. Und das ist halt gefährlich. Ich glaube halt, wenn zu viele Menschen in diese Konformität geraten und zu viele Menschen einfach blind folgen, weil sie dazugehören wollen, dann ist eine Gesellschaft eigentlich am Ende. Es muss immer eine gewisse Masse der Gesellschaft muss da rausstechen, damit die Gesellschaft überhaupt sich weiterentwickelt. Wir können uns ja gar nicht weiterentwickeln, wenn wir uns alle immer nur anpassen und keiner sich traut, crazy zu sein oder anders zu sein. Weißt du? ...Legionen einer Gesellschaft umso leichter zu glauben, je mehr Menschen sie anbeten. Aus diesem Grund werden Non-Konformisten von der Masse so sehr gefürchtet, dass einzelne Individuen in den Köpfen der Konformisten Zweifel an der Bedeutung ihrer sozialen Rolle und damit an der Bedeutung ihrer eigenen Existenz säen. Das ist das. Das ist krass. Also die haben Angst davor quasi, weil, ja, okay, crazy. Das macht voll Sinn, ne? Das erklärt auch diesen Mechanismus, warum dann diese Leute anfangen, diese Non-Konformisten zu diffamieren, weil die Angst bekommen, wenn die solche Leute sehen. Weil wenn alle auf einmal so wären, dann müsste ich auch so sein und fuck, dann habe ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Dann muss ich ja anfangen, selbst zu denken und ich zu sein. Da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb rät die Masse aktiv von der Kultivierung der eigenen Einzigartigkeit ab, macht Non-Konformisten lächerlich, ächtet sie und versucht, sie in die Konformität zurückzudrängen. Ist so. Das müssen sie auch tun, da ihre existenzielle Bedeutung auf dem Spiel steht. Obwohl der Druck zur Konformität auf beiden Wegen zum Heldentum groß ist, wurde der weniger beschrittene Weg oder die Kultivierung unter der Ausdruck der eigenen Einzigartigkeit lange Zeit als der bessere der beiden angesehen. Amazon schrieb, woher kommt deine Kraft von meiner Non-Konformität? Ich habe nie auf das Gesetz eures Volkes gehört oder auf das, was sie ihr Evangelium nennen und habe meine Zeit damit verschwendet. Die Existenz der Konformisten ist zwar bequem, aber weitgehend ein roboterhafter Zustand. Solche Menschen schauen immer auf andere, um zu bestimmen, wie sie sich verhalten und was sie glauben sollen. Konformität bedeutet also, dass man sein Leben für andere lebt und nicht für sich selbst. Und wie Virginia Woolf erkannte, wenn man sich einmal anpasst und tut, was andere Leute tun, weil sie es tun, dann stiehlt sich eine Lethargie über die feineren Nerven und Fähigkeiten der Seele. Man wird nur noch äußerlich zur Schau gestellt und innerlich leer, abgestumpft, gefühllos und gleichgültig. Diese Lähmung Das sind die Menschen, das sind die Roboter teilweise, die man draußen sieht, so weißt du, die einfach nur so rumlaufen und gar nicht mehr, man hat das Gefühl, die sind gar nicht mehr richtig da, weil die auch nichts mehr mit sich selbst zu tun haben, sondern nur noch angepasst unterwegs sind. Wirkung der Konformität veranlasste Kierkegaard, die Bedeutung des Strebens nach einem persönlich gewählten Lebensweg zu betonen, da eine konformistische Existenz kaum als Leben bezeichnet werden kann. In seinem abschließenden unwissenschaftlichen Postkriptum zu philosophischen Fragmenten schlägt er vor, dass die Kultivierung der eigenen Einzigartigkeit wie das Reiten eines wilden Hengstes ist. Konformität hingegen ist wie das Einschlafen auf einem fahrenden Heuwagen. Doch wie Becker erkannte auch Kierkegaard, dass nur wenige Menschen in der Lage sind, ihre Einzigartigkeit zu kultivieren. Er schrieb, wir sind umgeben von Horden von Menschen, die mit allen möglichen weltlichen Dingen beschäftigt sind und sich immer besser mit den Wegen der Welt auskennen. Ein solcher Mensch vergisst sich selbst, vergisst seinen göttlich verstandenen Namen, wagt nicht, an sich selbst zu glauben. Es geht ja auch ganz früh los in der Schule, wir werden ja genau da hingetrichtert auch. Also ich glaube, du musst bei den Menschen halt früh angreifen, jungen angreifen, um die in die Einzigartigkeit reinzutreiben. Deswegen meine Kinder, weiß ich gar nicht, ob die in die Schule gehen werden, weil da kriegst du die ersten Dinge beigebracht, dass du nicht so bist, wie du bist. Sondern da werden alle gleich bewertet. Alle müssen gleich in der Bank sitzen, ihre Schnauze halten und die gleichen Sachen auswendig lernen und jeder, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, hat dann mit Konsequenzen zu rechnen, muss dann nachsitzen oder was auch immer. Das wird richtig kultiviert, dass du da einfach nur eine Nummer im System sein musst und eine Schnauze halten sollst. Weißt du, was ich meine? Da geht es halt schon los. Es ist zu riskant, er selbst zu sein, viel einfacher und sicherer wie die anderen zu sein. Eine Kopie zu werden, eine Nummer, einen Teil der Menge. Aber während die meisten Menschen sich anpassen, ohne darüber nachzudenken, warum sie das tun, haben andere ein nagendes Gefühl, dass es mehr im Leben gibt, als die soziale Rolle, die sie angenommen haben. Sie spüren, dass sie in der kurzen Zeit, die ihnen zwischen zwei ewigen Finsternissen bleibt, danach streben sollten, ihre Einzigartigkeit zu kultivieren und zu sehen, wozu sie persönlich fähig sind. Aber warum sind trotz dieses Bewusstseins so wenige Menschen in der Lage, die mächtigen Ketten der Konformität zu durchbrechen? Mit anderen Worten, Becker mag zwar Recht haben, dass unsere Angst vor dem Tod uns dazu treibt, nach dem Heroischen zu streben. Aber warum wählen so viele Menschen den Weg der Konformität, anstatt den weitaus besseren Weg des Non-Konformisten zu wählen, um die Verlustung des Todes zu erreichen? Während zahlreiche Denker versucht haben, herauszufinden, was es so schwierig macht, ein Non-Konformist zu sein, schlug Nietzsche in seinem Buch über die rechtzeitige Meditation vor, dass die Seltenheit des Non-Konformisten durch einen bestimmten Charakterfehler erklärt werden kann, der die große Mehrheit von uns betrifft. Es ist halt auch, bevor wir das jetzt durchlesen, es ist halt auch einfach so, dass du heutzutage als Einzigartiger, als Mensch, der versucht wirklich so zu sein, wie er ist und sich nicht anpasst, sodass du halt gegen ganz viele Mühlen arbeitest und das ist auch mal, also du wirst viel alleine sein, weil es nicht so viele Menschen gibt, die auch so sind wie du und so denken wie du und sich trauen einzigartig zu sein. Die anderen werden dich auslachen, werden dich diffamieren, du wirst ausgegrenzt teilweise, dies, das. Also der Weg ist halt auch einfach ein härterer Weg, aber er lohnt sich, weißt du, für mich persönlich, weil dann bist du wahrhaftig, du lebst wahrhaftig, wer du bist und du lebst nicht, was andere dir vorschreiben oder damit du dazugehörst, also in einer Lüge quasi, sondern du lebst dein Leben, was für dich bestimmt ist, mehr oder weniger und dafür bin ich auf jeden Fall bereit, auch mal die ein oder anderen Shitstorms zu kassieren oder Ausgrenzungen oder dass Leute sich lustig machen und so. I don't care, bro, weißt du, aber dazu musst du schon stark sein. Ein Reisender, der viele Länder und Völker und mehrere Kontinente der Erde gesehen hatte, wurde gefragt, welche Eigenschaften er bei den Menschen überall gefunden habe. Er sagte, sie hätten einen Hang zur Faulheit. Faulheit, ja. Andere meinen, dass er hätte sagen sollen, dass sie alle ängstlich sind. Sie verstecken sich hinter Sitten und Meinungen. Im Grunde seines Herzens weiß jeder Mensch ganz genau, dass er nur einmal auf der Welt sein wird und dass es keine zweite Chance geben wird, seine Einheit aus dem seltsamen, bunten Gemisch, das er ist, zusammenzufügen. Er weiß es, aber er verbirgt es wie ein schlechtes Gewissen. Warum? Aus Angst vor dem Nächsten, der Konformität verlangt und sich damit tarnt. Aber was zwingt den Einzelnen, seinen Nächsten zu fürchten, wie ein Mitglied einer Herde zu denken und zu handeln und keine Freude an sich selbst zu haben? Bescheidenheit vielleicht in einigen wenigen Fällen. Es sind dann halt auch genau diese Menschen, die dann den ganzen Tag sich Netflix reinziehen oder Storys von anderen oder irgendwas sich reinziehen müssen, damit sie das Gefühl haben, sie leben ein Leben, weil ihr eigenes Leben so boring ist und so wenig mit denen selbst zu tun hat, dass sie sich das dann von woanders holen müssen. Konstant. Weißt du? Aber das ist doch kein Leben, bruv. In der Mehrzahl ist es Trägheit, kurz der Hang zur Faulheit, von dem der Reisende sprach. Er hat recht. Die Menschen sind noch fauler, als sie ängstlich sind. Geil, Digga. Akademie of Ideas. Free Minds for a Free Society. Feier ich, Digga. Richtig stark zusammengefasst. War ein gutes Video, ne? Irgendwie ein bisschen anders als die anderen Videos. Sehr gut beschrieben, auch mit ein paar Schriftstellern und Denkern, die dazu ihren Senf abgegeben haben. Also ich fand das echt ein stabiles Video und ich wünsche mir auch, dass es sich einige Leute zu Herzen nehmen und sich anfangen zu trauen, ihr eigenes Leben zu leben und nicht mehr darauf zu achten, was andere darüber sagen oder nicht. oder ob man mal hier oder da ausgegrenzt wird oder nicht. So traut euch, ihr selbst zu sein, Digga. Deswegen habe ich meine Marke Be Unique genannt. Be Unique. Dabei ist alles. Weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Es ist einfach so das Statement. Ich will, dass Menschen wieder einzigartig sind, weil wir sind alle einzigartig. Ja, in ein paar Hinsichten sind wir uns ähnlich, aber in sehr vielen Hinsichten sind wir einzigartig. Und bei vielen Themen haben wir eine andere Meinung als die Masse und das ist auch okay so. Und wir sollten uns wieder trauen, das auszusprechen und auszuleben. Weil am Ende des Tages müssen wir das tun, was wir amazing finden. Das ist das Wichtigste. I love you. Schreibt mir eure Gedanken gerne unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich küss euer Herz. Bis dahin. Peace out. Gang.